In der Kindheit hat meine Mutter immer wieder, wenn es die Zeit war und wenn die Zeit es erlaubte, von den Leuten aus dem Dorf, slowenisch Stara Vaz, zu deutsch altes Dorf, erzählt. Keine Geschichten, sondern kurze und doch wenigstens für meine Ohren unerhörte Begebenheiten. Mag sein, dass die Mutter diese zugleich auch meinen Geschwistern vortrug, aber mir ist, als sei ich jeweils ihr einziges Publikum gewesen. Eine jener Begebenheiten ging so. Auf einem der Bauernhöfe, schon halb im Gebirge, arbeitete eine Idiotin oder, wie es damals hieß, eine Schwachsinnige, als Magd. Diese wurde vom Hofherrn vergewaltigt und bekam ein Kind, dessen Mutterrolle aber die Frau des Hauses übernahm. Die Magd, die wahre Mutter, hatte sich von ihrem Kind strikt fernzuhalten. In dessen Augen war die andere seiner Mutter. Und eines Tages verfing sich das noch kleine, doch schon sprechfähige Kindwesen beim Alleinspielen in dem Drahtzaun am Rand des Anwesens und verstrickte sich dort mehr und mehr. Es schrie und schrie. Bis auf einmal jetzt die Idiotin, die Geistesschwache oder Wort der Erzählerin in der Mundart unserer Gegend zwischen Saualpe und Karawanken, die Treppen, dahergerannt kam, im Handumdrehen war das Kind freigehackt. Und danach aber die Frage des Kindes an seine zuletzt noch hinzugeeilte vermeintliche Mutter, die magt schon zurück zu ihrer Arbeit, ob im Stall oder auf den Feldern. Mutter, warum hat die Treppen so? So weiche Hände. In dem Buch Der kurze Brief zum langen Abschied ist aus dieser Erzählung meiner Mutter ein Lied geworden. Eine Ballade, gesungen in einer nächtlichen Bar von Philadelphia, Pennsylvania, USA, mit dem von Strophe zu Strophe wiederholten Schrei des Sängers »Und dieses Kind war ich und dieses Kind bin ich«. »Und dieses Kindes an 190 zu Machen« – » »Und dieses Kindes in » »